Feuerball, weil kill it with fire halt auch einfach die einzige sinnvolle option hier ist was eigentlich sehr für genau das sprechen würde meine fackel als sinnvolles angriffsmittel die machen aber auch damage richtig hart damage bluetooth schaden ist so eine geile sache hier ok jetzt müsste der da oben noch leben genau sehr schön ja die sind anfällig gegen feuer actually fackel man fackelt nicht mehr lang und trennt sie ab er tötet sich jetzt so fucking hart weil kill it with fire au ok jetzt die staggern wenn ich es mit feuer treffe das stimmt das reicht aber nicht aus um genügend damage zu machen im vergleich zu meinen nein spring da ist wohl mein letztes lichtlein ausgegangen oh no